willkommen zu einer weiteren folge let's play clash of clans und ich bin mal wieder live dabei aber wir haben heute nicht nur klankrieg auf dem programm jeden jeden tags klankrieg bringen ich meine ich könnte jeden tag klarkrieg bringen aber ich glaube irgendwann ist das auch langweilig denn ich habe ja auch so ein bisschen normales clash leben nebenher aber was ich euch schon mal mitteilen kann der gau vom sonntag ist vorbei also am sonntag wollte ich ja in stream gehen und tatsächlich habe ich alle meine einstellung verloren gehabt ich habe irgendwie samstag mal wieder alles verschlimmbessert und dann mache ich die büchse hier sonntagabend an reiße mein streaming programm auf und alle meine sachen waren weg alles was ich monatelang konfiguriert habe gesettet habe gemacht habe alles weg aber ich habe es dann im laufe der des abends und der halben nacht dann doch irgendwo wieder hinbekommen dass so ein bisschen es gab schon ein bisschen backup aber die lösung war eigentlich dass ich so hier und da einmal ein und ausloggen muss und schon dann meine ganzen set fast alle settings wieder da also ein paar sachen musste ich auch neu machen oder habe ich mal neu gemacht denn ich habe auch gedacht weniger ist vielleicht auch mal mehr und habe so ein bisschen meine szenen bearbeitet hat man ein bisschen an meinen alerts ein bisschen was getan also alles ein bisschen einfacher gehalten nicht mehr so komplex und es reicht ja vollkommen ich denke mal also so wie ich es jetzt habe aber die chromoletta hier die kampfgurke mit dem account ist im moment bei mir hier im event clan oder nicht im event clan im clan im community clan wird das nicht ganz schaffen hier mit der armee ist aber nicht so schlimm der titel ist ja klatsche ich muss das ein bisschen belächeln weil es gab schon es gab schon eine heftige klatsche oder schafft der king das doch kommt ging weiß sich durch macht das macht macht das weg und dann auch der bombenturm dann nein jetzt geht der king erst dahin aber da müsste ich meine die gehen jetzt alle drauf da und jetzt muss er da noch noch durch eine mauer aber und ist noch der bogenschützchen ja 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 aber da steht noch was der bauhütte und da noch das lager steht okay nicht gesehen das könnte ein time fail geben das könnte ein time für geben denn der muss sich erstmal durch die max 10er mauer hier prügeln das dauert das dauert das dauert das dauert und dann muss er sich noch mal hier durch durch eine von den beiden prügeln wenn das lager denn jetzt weg ist geht er um okay sie machen erstmal die bauhütte vorbildlich nicht dass sie vergessen wird aber trotzdem wird es leider ein time fail ärgerlich sehr ärgerlich denn das lager hier hat glaube ich noch an nein das hat nur noch zwei drei treffer punkte vielleicht schießt der bogie da noch mal drauf noch einmal zweimal einmal es hat nicht gereicht leute wie knapp guckt euch das an wie viel leben der nur noch hat der hat nur noch so einen hauch naja okay doch das ist nur noch ein oder zwei schuss wie ärgerlich wie ärgerlich aber 99 prozent willkommen im klub und im moment sieht es ganz gut aus ich meine jetzt klark hat jetzt gerade angefangen hier gegen alt und knackig aber ich muss dazu sagen wir haben ganz schöne klatsche kassiert und nicht zu unrecht muss man sagen wir haben ja gegen einen ehemaligen oder gegen einen von mir ehemaligen clan wo ich sehr lange drin war gespielt und ich wusste um die qualität der spiele also jetzt ich kann jetzt nicht alle aber ich kannte schon noch eine ganze masse muss ich sagen und wir haben gegen sie die säbelt 42 35 verloren und das nenne ich schon mal ganz schöne klatsche das ist schon ganz schöne klatsche denn wenn er mal so ein bisschen in unser lockt dann ist es wenn wir mal verlieren dann ist es auch sehr 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 knapp 70 69 56 55 68 62 ok aber ich glaube da oben dass das ergebnis hier spricht echt alle bände 42 35 richtig starke angriffe muss ich sagen von meinen ehemaligen mitstreitern und ich fand das jetzt nicht schlimm muss ich sagen was ich ein bisschen doof fand wir unsere nummer eins hat hier gar nicht angegriffen ich weiß nicht ob man sich da vielleicht nicht blamieren wollte oder so ich meine hier hat es keiner hier muss keiner sein gesicht verlieren oder so auch wenn der angriff mal richtig in die hose geht überhaupt kein ding würde ich mal so sagen aber einen will ich euch trotzdem noch von hier aus zeigen denn es ist glaube ich der angriff von kam ja es ist der angriff von kamel denn kamel war einer der wenigen die mit luft angegriffen hat alle anderen haben uns hier mit hox zerlegt also irgendwo habe ich so ein bisschen das gefühl die hox sind im moment meter vor allem im rathaus zwölf bereich also aber auch auch auf den anderen rathaus stufen rathaus elf hat rathaus zehn sind die sehr sehr stark und mal gucken wir dass sie gerissen hat die drei sterne also wirklich wirklich schön gemacht schöner fanden hier schöner queen charge und ich kannte das auch ich hatte glaube ich während wir ich weiß nicht ob wir noch im discord waren oder ob wir nur getippelt haben der kamel hat schon im rathaus den kenne ich glaube ich seit rathaus 10 meine ich hat er hat er schon mit luft angegriffen und das nicht schlecht also wusste ich so ein bisschen als ich so ein bisschen die auf die armee geguckt habe das kann das wird er können und ich meine wir haben auch gar nicht mal so schlecht gespielt also für unsere verhältnisse jetzt muss man sagen wir sind ja dann eher ich meine die die säbel sind jetzt auch keine pros aber wir sind jetzt erst recht keine deswegen ist dieser verlorene klar krieg auch überhaupt nicht schlimmer also muss ich keiner jetzt die blöße geben oder sagen mensch mist haben wir es leider verloren überhaupt nicht schlimm wie ich wie ich finde also ich habe meine angriffe auch gemacht habe auch ich glaube drei und zwei stelle gemacht mein gott man kann halten auch nicht immer trippeln und aber hier sehr schön der weg der queen hier richtung rathaus das rathaus aktiviert und die hunde jetzt erstmal auf die ersten lunze geschickt also der angriff war schon glaube ich sehr sehr knapp aber schön mit dem felsenwerfer hier unterstützt also auch hier der felsenwerfer als unterstützung genommen und nicht irgendwo eine karre oder sowas denn im moment ist der felsenwerfer glaube auch ich sehr sehr stark was die belagerungsmaschinen angeht ich meine alle belagerungsmaschinen haben ihren sinn und zweck je nach base aber ich glaube der felsenwerfer hier ist echt eine starke starke offens also eine offensive waffe denn der macht doch schon ich will mal so sagen echt mörderschaden also wirklich wirklich nicht schlecht und hat das schön gemacht die schön schön auch gesehen wann man den wie setzt jetzt gibt es da zwar noch ein paar knabberskelette und er hat auch noch einen hund über also noch gar nicht alles geplatzt queen ist auch noch dabei die bombe stört jetzt nicht wirklich denn der clean up hier ist reichlich und so waren das hier echt schöne angriff von kamil auf miss marple mit drei stern hier also muss man sagen hat der gegner hat den gesamten ck über echt sehr sehr gut gemacht und ich meine den fehlen jetzt nur 303 sterne in den oberen bereichen so schlecht gedefft haben wir gar nicht muss ich sagen ich glaube meine base ist auch ein paar mal angegriffen worden ja erst im dritten mal gelegt worden das ist in ordnung master auch 55 angriffe ich glaube alex hat auch einmal verteidigt also so schlecht war es jetzt auch nicht wie das jetzt erscheint also wir haben schon gut geschlagen hier vor für unsere verhältnisse war das absolut in ordnung wir blicken immer nach vorne und schönen dank auf jeden fall und grüße an die alten jungs und kameraden nein bix wie ich hab dich nicht angesprochen irgendwas hatte ich jetzt wieder mit bix wie hier aber ich will jetzt mal in einen anderen clan springen werden da war auch eine kleine klatsche bekommen also es geht mit den klatschen hier weiter ich switch mal eben den account und dann sehen wir uns sofort wieder denn vielleicht habt ihr es ja mitbekommen ich bin mit dem chefkoch nachdem ich ja den einen clan verlassen hatte müsste man in meiner playlist wühlen beziehungsweise ich mache es einfacher ich verlinke euch das oben einfach in der infokarte wo ich an klar gesucht habe habe ich dann der da bin ich dann rausgegangen habe dann hier jetzt 1 2 30 k's gespielt aber der chefkoch ist im moment auf der suche aber um den schon mal so ein bisschen vorzugreifen den nächsten ja wieder so ein bisschen die clan games und ich werde den clan deutschland dafür wieder aufmachen wir können während wir die eine woche clan games spielen vielleicht 1 20 k's machen wenn ihr wieder bock habt rathaus 8 rathaus 9 keine ahnung je voller je besser wir wollen einfach nur ein bisschen spaß haben und ein bisschen miteinander zocken also ich glaube so können was machen aber hier bin ich bei den spätze 2 das eigentlich unser event clan in dem wir hier ab und zu mal ein event spielen also mit 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 events meine ich spätze mit so spielen nicht jetzt nur noch clan kriege sondern sie spielen mittlerweile bei der gml mit da sind wir übrigens auch die kollegen aus dem vorherigen teil teilweise mit rathaus 10 und 11 weil wir keine mehr haben spielen wir dort die gml das heißt also spätze stellt die zwölfer glaube ich und der clan von sind gesäbelt füllt das ganze dann auf mit elfern zehnern oder sowas keine ahnung irgendwie so haben die sich getroffen und geeinigt also nicht nach unserem krieg oder so sondern vorher schon finde ich sehr cool so sieht man sich immer mal wieder ist echt wirklich wirklich nice aber hier bei den spätzes haben wir leider auch verloren ja wir haben auch verloren wir hatten hier nämlich eine siegesserie ich war jetzt zwei drei klaren kriege mal mit von 16 das heißt wir haben überhaupt erst 16 klaren kriege bis zu dem zeitpunkt gespielt und ja das ihr seht das insgesamt 17 und gegen die polnische truppe also einige klang kriege waren hier schon sehr sehr knapp ihr seht das so ein bisschen okay manchmal waren es auch kleine over kills aber das ist ein clan hier der spielt keine rat aus zwölfer sondern ab rat aus elf und dementsprechend war das letzte ich will mich da nicht raus reden aber das letzte matchmaking hat dann so ein bisschen gegen uns gesprochen und da war halt nichts zu machen die haben perfect war hingelegt auf uns was willst du gegen diese klatsche denn noch anstellen denn hier oben gab es zwei zwölfer zu bezwingen also zwei max zwölfer und das ist dann für ein elfer doch schon sehr sehr schwer überhaupt hier drei sterne zu holen ich meine der kaiser hat hier zwei sterne geholt und auch der der witness 88 prozent das ist ja schon nicht schlecht auf so ein ding hier ich meine da steht das rathaus draußen es ist ein rathaus eins also rathaus zwölf schräger eins also quasi gerade so erst rausgebracht aber dennoch nicht ganz einfach denke ich mal der rest ist glaube ich trotzdem noch elf also ein bisschen ist das schon möglich weil bei 88 prozent da fehlt ja auch nicht mehr viel mal gucken wie er das hier gerissen hat habe ich noch nicht gesehen in den habe ich noch nicht gesehen und manchmal gucke ich sie auch nicht habe ich ja die tage schon mal erklärt da gehe ich einfach ganz ganz spontan hier in die aufnahmen rein ich habe irgendwie ich habe ja was im kopf ich habe eigentlich immer was im kopf was ich so machen kann aber man muss es dann noch tun und dementsprechend habe ich mir heute gedacht wir haben so viel kassiert hier bei spätze zwei bei den herausforderern da passt das einfach mal wieder ein bisschen denn auch bei uns ist das clash of clans leben ja nicht friede freude eierkuchen und hurare wir gewinnen immer nee das ist so wie bei euch auch da gibt es höhen da gibt es tiefen da gibt es maulereien wo man dann sagt alter deine base hat mal wieder nicht gehalten ganz normal aber ich glaube wir sind mit mittlerweile auch alle so lange schon zusammen hier also spielen zusammen dass wir dort er über solche sachen sowieso hinweg sehen wenn man dann halt eine klatsche kriegen dann nehmen wir die hin dann sagen wir leute aufstehen wach werden und dann geht das weiter so einfach ist das und so passt man sich hier dann den gegebenheiten an also schön gemacht hier mit dem queen charge und den rest hat er hier auch auch haben wir eben schon gesehen mit lalon also hier ein hund in der clan burg mit ein ballon die queen muss das jetzt reißen hier hat er von hinten noch ein laki gesetzt hat er glaube ich gar nicht gesetzt zur unterstützung aber der rest kommt hier jetzt rein hätte ein bisschen er anfangen können denke ich mal denn er hat jetzt auch in die lufttruppen da die er hat jetzt auch so lange gewartet bis die queen irgendwann mal fertig war mit mit den mit mit den welt ich meine die hauen nicht ab wenn auch wenn du andere truppen dann setzt glaube ich bleiben die welpen mit mit masse auf der auf der queen und wenn es dann 12 sind er kriegt ja auch welten in die base dadurch dass seine hunde er dann doch irgendwann zerplatzen und die queen muss in der mitte jetzt die mauer machen also einen kleinen tick er dann hätten das auch drei sein können muss man sagen aber hätte hätte fahrradschlauch ist er selber von außen das ganze zu betrachten und noch mal zu bewerten ist immer einfacher als dass du live irgendwo angreifst passiert mir auch immer ganz gerne dass ich dann live mal so richtig verkacke aber die queen macht jetzt auch nicht mehr wirklich viel als hier ein bisschen mauer und der adler lebt immer noch der adler lebt immer noch und solange wie das ding halt noch feuert hast du keine chance den rest auch zu erreichen ist halt so also auch hier vielleicht andere seite kurzer weg zum adler und dann den rest kann man machen wie man wie man jetzt hält jetzt ist der adler weg aber hat ja doch noch mal geschossen jetzt ist auch die zeit um aber 88 prozent für die reinge in ordnung und wie gesagt das war so ein kleines miss matchmaking ich hatte auch hier irgendwo ein angriff hingelegt den zeige ich euch gar nicht mit drei sterne ach doch kommt den mache ich eben eben in der wiederholung denn mein erster war zwei sterne 99 prozent und da habe ich schon in chat reingeschrieben ich kann mit rathaus 9 keine drei sterne mehr und ich war auch ein bisschen verzweifelt die ganzen tage ich habe echt kein drei sterne mehr hinbekommen und dann dann zweifelst du natürlich irgendwann an dir selber und ich war immer ich war ja immer gerade gerade mit den rathaus neunern da war ich mir immer sicher egal wie die so sind da holst du fast immer drei sterne ist aber nicht so und hier habe ich auch mal eine kombi genommen habe ich glaube ich auch die tage angesprochen mit drei golem und den hexen dahinter also keine heiler kein gar nichts zwei sprung zwei wut und sogar so geht das hier in die mitte der base rein hier der nächste sprung in das nächste kompartement viel viel weiter kam ich nicht ich hätte jetzt noch hier reinkommen können hätte ich vielleicht ein bisschen an der seite gesetzt oder so also auch da ist natürlich immer mal so ein bisschen wie soll man sagen kritik an sich selber immer mal gucken wie ist das eigentlich gelaufen und was kannst du besser machen der sprung hätte besser sein könnte der zweite der hätte noch ein bisschen tiefer reingehen können und vielleicht zu einem oder an dem einen oder anderen kompartement aber ich habe jetzt auch nicht mehr wirklich viel defensive einen minwerfer noch habe noch golem ein golem außen am laufen und jetzt auch nur noch den einen einzigen tesla hier und war mir da schon sicher ja das schaffst du aber okay die minwerfer sind ziemlich nervig gegen die hexen und gegen die skelette aber dennoch was das kann es also doch noch ich habe echt dran gezweifelt vor allen dingen bei dem 99 habe ich gedacht das kann nicht sein den habe ich mit so einer classic armee gemacht riesen hocks also riesen heiler und hocks und naja was was willst du da tun es hat es hat mich schon ein bisschen geärgert weil es weil es gerade dann im unteren bereich müssen wir dann hier irgendwann anfangen zu dippen das wollte ich natürlich vermeiden aber so schlecht haben wir uns jetzt nicht geschlagen mit 41 sterne gegen die truppe das in ordnung wie geht es ja eigentlich weiter da ich jetzt sowieso schon in diesem clan bin geht es hier heute abend weiter das heißt also heute abend findet genau in diesem clan ein ck statt nämlich timeout gegen spätzle mit so es in der sogenannten high class war league so heißt sie nämlich jetzt das ist so ehemals so will ich mal sagen bundesliga die waren erst auch zusammen auch zusammen auf einem discord mittlerweile sind sie getrennt auf einem discord ich verlinke euch den auch mal unten und also sowohl dem zum discord vom discord turnier dc als auch zu der zu der class war league hier und da ich hier sowieso bin hat man mich gefragt toto haste bock na klar mittwochs wie mich immer ein bisschen also machen wir erst mal ein bisschen hier die letzten zwei stunden glaube ich in diesem ck und dann machen wir halt unser ding ich hoffe ihr freut euch ich freue mich in dem fall ich bin auch auf youtube da ich habe immer gesagt wenn ich denn events mache dann hole ich die youtuber mit rein ansonsten ziemlich hat nur auf twitch aber bei solchen sachen hier glaube ich kann man das immer mal ein bisschen mitnehmen und dann ist es mir auch egal wo ihr guckt auf youtube oder auf twitch wichtig ist dass ihr dabei seid und ich freue mich auf euch also haut rein bis dahin euer toto clasht